Hi zusammen, mein Name ist Johannes Vetter und ich bin nicht nur ein deutscher Rekordhalter im Sperrwerfen, sondern ich bin seit neuestem, wie ihr sehen könnt, Mitarbeiter der Firma UL. Dieser Pflasterstein heißt Ecologico. Diesen Pflasterstein erhaltet ihr in den Formaten 20 auf 20 cm und 10 auf 20 cm. Den Ecologico erhaltet ihr in zwei unterschiedlichen Stärken, einmal 8 und einmal 6 cm. Dieser Stein bietet euch eine Versickerungsfuge von 7 mm, ist aber auch als Rasenfugenstein mit einer Versickerungsfuge von 28 mm erhältlich. Diesen Stein erhaltet ihr in Grau und in Anthrazit und an Tagen wie diesen aber auch in nass oder trocken. Der Ecologico Pflasterstein ist nicht nur sehr umweltfreundlich, sondern bietet euch auch eine mühelose Entwässerung vom Regenwasser. Dieser Stein ist besonders robust und eignet sich vor allem für stark beanspruchte Flächen. Der Ecologico ist die ideale Wahl für private, aber auch gewerbliche Flächen. UL, da stehe ich drauf! www.uhl.de 1 1 2 3